Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Wie pimpe ich mein Pult? Hier haben wir die Ausgabe des schwebenden Pultes mit blauer Proleten-Untergrundbeleuchtung. Starten wir jetzt einen Titel. Fängt das Pult an zu blinken! End of file nennt sich das Ganze. EOF! Öffnen wir jetzt das Mikrofon, fängt das Pult an zu blinken und zwar von blau auf rot. Denn wir sind on air. Kann natürlich noch mehr und zwar die Automation signalisieren. Von blau auf grün. So schön, so bunt.